... Schon wieder? Was hat denn? Ja, Nio, du konntest 3s. Ich geb dich mal, ich konntest hier auch 3s. Was ist wie lag? Ich glaub, ich bin so groß. Oh Gott, das wird scheiße gut. Niiiihihi Geul��. Languisch ab, geht euch ein Pewt un-arn. Der sollte scheiße gut sein. Alright, ich bin sonst schon zuerst. Ja, jetzt möchte ich hier noch ein TGAN- Eldück sein. Okay, wenn du hierSeanest gehst, wenn du verstehst. Ja, ich bin auch nicht bereit. Verteidig, du 36% ja. Ich doppelde mich auch auf die Oberstadt. Und noch nie Corneliki habe, hierEO- auch hier ist hier ist mein Shell, alright ja, man merkt auch immer leicht wir haben den folgenden Gegern äh, hier an den folgenden Personen, die immer kommen äh, die Partner werden äh, immer leise haben die einen grünen Shell grünen Panzer und der hat eben blau oh ja, okay, ich hab heute ein Shell bräck, uhuu ich weiß, ich will das machen, äh, Big Time oh Gott, ey, ich brauch den auch schon in Deutsch mehr cool team to have your happy ich weiß nicht Colorado mhm also auf Colorado ich weiß auch ach, ich hab D gedrückt oh, entschuldigung äh, nach unten, okay warte, 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 warte warte, warte, f warte, 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 warte warte warte, warte warte, warte, warte Warte, 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 warte oh, mhm Suckern Panzer u nas Zwei! Zwei! Yeeeey! Oder was ist das? Yeeeey! Das war schon mal schon. Klasse! Aber eigentlich gibt es ja noch einen Grip sind noch kein Blut bekommen. Das heißt, ein Glück war eigentlich ganz gut. Ich habe noch eine schöne Blut bekommen. Ich habe noch eine schöne Blut bekommen. Nein! Oh Gott. Warum tröcke ich schon wieder alles so gut? Nein, ich habe noch einen Blut bekommen. Will! Ich schreibe sie doch mal ab. Wie, Mann? Will! 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 Ich glaube sie auch. Einmal böse, immer böse. Wie, jetzt kommen wir jetzt zu schnitzelstrasis wieder. Okay, ausbatch! Yeeeey! Na, wie viel kostet es uns das? Drei. Kann ich mir auch so gut vollkommen lassen. Hm, Speed Mario! Hm, oh! Hm, so, wieder ins Haus rein. Das sieht natürlich nicht einfach aus, was da zum Wald führt. So, ich speichere es ab. Ach, meine Scheiße. So, und wir sehen uns, wenn ich, hoffentlich, die deutsche Version wieder ab. Jetzt müsste es nämlich dann nicht funktionieren. Nein, diesmal möchte ich nicht speichern. Und ich kann endlich mal wieder deutsch sprechen. Äh, ich hoffe, hoffen wirklich, dass es jetzt wirklich so... Sind die wirklich Bockmombien? Ja, die Grobbrüder in der Festung haben uns zur harte Arbeit gezwungen. Die Flug war gefährlich. War gefährlich, ja, aber ich bin froh, dass ich ihnen das gewagt habe. Ich kann ruhig erschlafen. Ich kann ruhig erschlafen, ich will, dass diese Kerl im Strafraum mehr. Okay, endlich jetzt, wo die Vorsitzenden sind. Es ist so schön, richtig, ja. Aber es wird uns zerfrieden, wenn dann so eine Frage, wo wir mal in der Festung gegangen sind. Hm, ha, ha, ha. Nein, hm, ich kann ja nicht deutsch. Ja, ich hab jetzt jetzt immer sehr deutsch rum mit runtergeladen. Und wird da das andere weggepackt. Volterpilz. Pilz, oh, hier haben wir zuschlafen. Ich hab fliegt nicht. Mit, haben wir schon was gelagert? Ich hab' da, ich hab' nicht in der Ferne Gotten. Oh, wir sind hier rutsch! Oh, wir haben hier die Oberstiegel? Ein bisschen. Oh, nein, wie nah! Kann ich das? Ja, sobald ich dann mal nicht daraufостиgen? Ich weiß nicht, dass wir das auch nehmen, was in der Ferne geteilt werden. die 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 Ja, ist schlag zu gut, aber... ...wenn's geht nicht auf dich. Dankeschön. Ach! Hast du ein glücktes Figur gehabt? Vielen Dank. Oh Gott, ist das ein Schweineteil bei mir. So, hier, schön schlafen. Wie wenigstens ist das kostenlos. Ja, bitte. Träume süß. Ich sag nichts. Bist du gut gestorben? Entschuldigung, ich hab dich geantwortet. Hallo? Ich weiß ja nicht, ob sie es wussten. Aber ich hab eigentlich auch nicht geantwortet. Lalalalalala. Hm. Oh, ich will den Baum schlagen. Du fluchst auch nicht. Du hast davor gefangen, aber... Du hast auch nicht nur den Baumchen rumgeladen. Du bist ungültiger. Du bist ungültiger. Du bist ungültiger. Das ist ein ganzes Bauch! Oh mein Gott! Ich bin zu Hause! Ich bin zu Hause! Oh mein Gott! Ähm, ich bin zu Hause! Mit der Schäfer ist die Tour! Ich bin zu Hause! Ich bin zu Hause! Ah, du hast nirgends! Ja! Ich bin sicher. Ich bin sicher, dass ich die Beste fahre... ...ier... Oh, da war er... ...ier, in dem... ...nach, da war ich noch ein bisschen. Der hat mich nicht zu verhalten. Der hat mich durchgebracht. Ich hab nichts. Das ist ein bisschen zu verhalten. Ich hab' als erstes die Neuenpunkte gelevel-upt. Ich weiß nicht, woher hatten wir mich am Anfang. Wir hatten nämlich am Anfang, ähm... Nee, wir können keinen Items vertreten. Wir hatten nämlich am Anfang doch... Ja, wenn ich mein Zeug steh'n... Ja, wenn ich mein Zeug steh'n... Ja, wenn ich mein Zeug steh'n... Ähm... Fünf... Fünf BP... Zwei... 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 Also die Sternpunkte sind noch nicht gerade so... ...verteilt... Pils weggeworfen... Pils zu nutzen... Nein, um nicht sie umzunutzen... Die Stern... Ach da... Ich die Items als erstes... Natürlich... Oh, nicht hier oben... Das will ich nutzen... Nee, das kann... Das können wir nur umzunutzen... Was ist denn das für ne Kacke? Ein Tatler-Bot-Mario-Geselin... Gezeichnet, die Gruber-Brüder... Wem mach' ich das bloß... Ich hab' ich keine Ahnung, wie ich das mache... Okay... Oh... Er löpelt sich weg... Nein... Oh... Ahke! Wo... Ich hab' ich... Wo! Ach... Ob ich stu' auf... Ui! Boah, herrliches Wunder! Unglaublich! Zwei! Zwei Kaprizi da! Heftig! Ich hab's doch richtig gemacht! Sehr gut! Oh komm! So, jetzt bricht man das Gewitter! Renn da Super Mario! Hey Zemi! Mario! Donnerblitz! Was hast du da? Donnerblitz ausgezeichnet! Donnerblitz! Ausrufezeichen ausgezeichnet! Aufrufezeichen werde ich spätchen! Sonst klingt's etwas dumm! Ah du Kleiner! Löcher! Jaaaa! Jaaaa! Stifeln! Komm! 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 Jetzt ist das mal weg! Die beiden sind tot! Und wir haben unser Level ab schonmal sicher! Oh nein! Oh nein! Er kann nicht mehr laufen! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Da müssen wir mal klingelt werden! Und jetzt da bitte ich nicht schüttere! Yay! Mit dem Fall! Jaaaa! Jaaaa! Dann würde ich jetzt... Äh! Würde ich die nicht haben! Diese Ordnungspunkte! 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 Dann, äh! Würde ich natürlich Kp nehmen! ... aber dadurch, dass wir hier diese KP-Plus-Orden haben... ... kriegt mich nicht, dass wir diesen KP-Plus-Orden haben, ähm... ... muss es für mich mehr die Ordnungspunkte hochzusetzen... ... oder? ... ist es einfach... ... was hier... ... ist es für mich... ... oder... ... oder... ... oder... ... oder... ... und... ... wo? ... ... ... ... ... ... hier, Pflanze Mario, das noch... ... schön... ... ... Ich will das abwehren. Ich will das abwehren. Und weg ist er. Gott, verdammt! Unglaublich. Unglaublich. Wow. Das ist ja überhaupt nicht auffallend für Rombette. Ich will das wegdrehen. Ich will das wegdrehen. Bei mir ist das wegdrehen. Und dann zurecht mir das wegdrehen. die Städte